weiter geht's bei joshis voli wird mit 17 herumgekrebs am strand okay wir sind jetzt wahrscheinlich auf dem strand und ja deshalb kenne ich auch noch und das wird bestimmt lustig sollten wir müssen nur alles finden wo sind die geheimnisse erstmal müssen wir natürlich unsere eier aufladen mit den schallgeist weil wir hier diese krebse haben und die können wir glaubt nur mit eiern zu stören als ob wir so viele juwelen kriegen wenn wir die zerstören das kann ja nicht sein so ersten stempel haben war ja herzen gut die herzen sind auch ganz schön wichtig hier im spiel und ganz schön schwer ja genau stirb stirb doch wir kriegen echt so viele juwelen ist ja geil ist hier was was ist da oben oh gott ist super wolle und die cheatschips kann man wohl auch essen so nice lol das ist ein kleiner propeller wenn er schwimmen muss ach wie süß oh gott holy wow das ist knapp habt ihr das gesehen oh die blume ist auch die erste ne gut das habe ich gesehen stirb ach die kann man auch mit stammtvertecke töten ja das ist dann einfach ach die können wir nur mit stammtvertecke holen ok bam nice sieht gut aus bis jetzt wäre echt nice wenn wir das level umfass verschaffen aber wir schaffen die erste welt glaubt nicht mehr level pro welt und ist das challenge schwer und das schaffen wir wahrscheinlich eh nicht ey alle super wollen gibt es heute echt in geschenken oder komm her komm her oh gott boah das ist knapp boah das ist knapp da gibt es nix ok und stammtvertecke nice ich würde mal gerne wieder einen stempel bekommen ja das wäre minimal gut kann man da runter da kann man doch runter ja eben stempel nummer 6 ich würde mal gerne 10 haben oh neue verwandlung warte mal nichts mehr ok gut was haben wir denn diesmal bitte was gutes motorrad joshi er macht weder vorgegner noch wenden halt drücke b um zu springen ok ok ich muss selber fahren ok alter wie der abgeht alter da 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 oh mein gott war das geil fahr 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 dada da 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 deve hüpfen hüpfen gut dada da 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 daa bitte 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 lauf gut lauf gut ziel nice schön viel gesammelt und auch die stempel bekommen und sogar eine super wollen Nein, das Herzen haben wir immer noch alle. Krebs ist denn kein Problem. Scheiße, ist auch nicht. Noch mehr Herzen, was geht denn ab? Jetzt kriege ich wieder alle Herzen. Alter Schwimm. Junge. So. Also. Yoshi! Nicht fallen. Alter, das meine ich auch nicht. Nice. Lief nochmal gut. Aha. Die kommen alle weg. Denn wenn wir diese Melone fressen und dann hier oben hingehen. Eins, zwei. Haben wir alles freigeschalten. Aber natürlich kein Stempel, warum auch. Ach, die Melone haben wir sogar noch. Jetzt nicht mehr. Stopp. Ich find's cool, dass es solche Rätsel gibt. Ja. Alles klar. War gut aus. Ja. Nein. Okay, wieder Coins und Stempel. Nice. Stirb. Oh nein. Jetzt kommt was dummes. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich nicht. Nein, muss ich sogar. Ja, eben. Ja, nehmen wir die mal. Oh, die Frage, wie ich da hinkommen soll. So. Ja. Ich muss da auch runter. Ich hab Angst, was da noch was ist. Ähm. So. Die Cheap Cheap müssen weg. Nice. 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 Dummes. es geht noch weiter oh mein gott ist okay stellen wir müssen wir nicht alle haben hoch gut bloß fehlt da doch eine blume das macht mir angst da wahrscheinlich herzen ne alle stempel alles klar hätte ich muss noch mein herzen kriegen ich muss noch mein herzen kriegen ja genau bitte lass mich nicht verpasst hören bitte das ist so knapp ja super wolle nein nein wahrscheinlich wird das frei genau und wenn 100 prozent wir haben sie legt mich raus hier ja kein bonus wieder im first trial ist gefunden geil aber jetzt geht es in die festung und das wird richtig scheiße ich habe noch so viele festungen vor mir das wird lustig das wird lustig ich werde eh nicht die 100 prozent schaffen vom speziallevel wird es jetzt lustig wie die sau vor allem die festungen und wir haben ein joshii namens melon joshii oder so melon joshii wurde wir zusammen gehäkelt nein und das nächste level und das letzte level eine riesige sie lebo fest und maxi lebo rückwärts sagt kommt da obelix raus das ist voll lol deswegen hat das ding sieht auch aus wie obelix und maxi lebo genannt ne so geil alter ach ja das der rex und obelix ist doch geil ach das die festung oh gott da muss ich jetzt hier aufpassen ja die erste wolle direkt die musik ist wieder lustig joshii das schaffst du schon und als blume finde ich gut da ist doch was ja und ich brauche euch ich brauche euch alter dann schädte ich jetzt zwei stempel nicht oh und das sollte ich auch nicht neun jürzen aha aha was haben wir hier ein stempel und ne super wolle alles klar ich glaube das schloss ist hier nicht so lang ich brauche mal nen schlüssel okay hab's getroffen alter nee da wollen wir noch nicht hin schwer ist alles einsammeln ja geil oh danke das ist ein gutes geschenk jetzt komme ich nämlich da oben hin zur nächsten blume was geht ab ja ich habe schon eine verpasst weil es gibt mehrere wege nice oh shit jetzt will ich aber auch stempel sehen ich kriege nur so special zeug aber keine stempel was nix gut oh god oh god schaffe ich nice schlüssel wir müssen uns nur konzentrieren und dann doch nice scheiße jetzt weil hier sind noch herzen da macht mir angst deswegen haue ich den kleiner weg kugel gut dann gehen wir durch die andere türen ja 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 ganz ruhig steuer dich das packst du schon okay was ist hier da muss ja irgendwas special sein ja ein kleiner bonus und der blume die dritte alter gut okay dann können wir sich die schlüsseltür ich glaube wir haben ja alles und ich glaube dass es noch nicht direkt zum boss geht es gibt sogar noch ein checkpoint jetzt habe ich sogar nieder alle herzen aber jetzt was lustig der obelixe habe mich nein mann ich habe 15 herzen ich habe doch schon eier hier ist safe irgendwo was alter alter wo kommt das her nice nice ok ok ganz ruhig ok gib doch einen stempel nein ja genau ja ja ach so habe ich das schl lol ohne treffer gib mir doch mal stempel ich habe ich auch 17 dann passt es ja nice aber das war es noch nicht das war es noch nicht leute aber uns fehlen immer noch stempel blume und ok blumen haben wir stempel bitte auch ja nein ich will diese perle komplett umsonst komplett umsonst oh gott nice ja da ist der stempel scheiße hä ach so ach so ach so ach so natürlich was oh mein gott ja 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 komm bitte bot bitte xyllebo bitte xyllebo xyllebo sind nicht schwer kommen ja ja sie ist ja ganz schön hartnäckig ich dachte ihr hättet schon langs aufgegeben xyllebo knutte dir die hose zu und schnapp ihn dir xyllebo wahrscheinlich eher einfacher als der monty weil ich kenn den boss gut und wenn ich Eier hab dann wird das easy naja ja das passt schon geh auf die wand scheiße ja genau ich wollte es fressen jetzt jetzt raged er das ist einfach nice zieh die hose aus und stirb da so einfach nice alter wir haben die festung auch im first try was geht ab nice dann ist der parlo gar nicht so lang das passt dann da 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 dann jawoll ja 100% wuhu ja aber wir haben es geschafft wenn es euch gefallen hat das ein like da dann sehen wir uns auch beim nächsten video wieder ist ja klar und ja was ist das für ein special level neuer stempel okay neun triggernstecker okay oh alle triggernstecker sind umsonst neun triggernstecker und ja wir haben einen xyde wo yashi das sieht richtig geil aus und ja special level was assi ist und natürlich die zweite welt komm weg kurz bis zum nächsten mal haut rein bis zum nächsten mal haut rein tschau bis zum nächsten mal haut rein Vielen Dank.